einen wunderschönen guten tag meine damen und herren herzlich willkommen zum handelstag nicht sondern heute zu einem beitrag in eigener sache leider muss ich sagen etwas was ich ungern tue in dem zusammenhang aber was bleibt einem übrig die welt ist nun mal nicht immer gut also es geht um telegram hier tummeln sich offenkundig betrüger die meinen namen und auch um meine firma missbrauchen um gutgläubige opfer für krypto betrug zu suchen und offenkundig auch finden und da möchte ich sie darauf hinweisen ich bin von einem von jemandem angeschrieben worden der mit denen in kontakt stand und mich dann anschrieb und sagte herr müller sind sie das mit dem ich da seit längerem auf telegram in kontakt bin ich möchte da jetzt in crypto investieren und ich wollte hat nur so komisch gefühl ich wollte mal nachfragen ich bin aus allen wolken gefallen ich wusste überhaupt nicht was es geht habe mich dann mir die informationen schicken lassen und ich möchte ihnen das mal kurz zeigen also hier haben sehr professionell irgendwelche betrüger ich vermute aus dem ausland aufgrund der der sprachwahl einiger wortfindungen vermute ich aus dem ausland aber sehr professionell sehr organisiert offenkundig konten eröffnet das sind nicht meine konten ich habe damit nichts zu tun ich bin auf telegram nicht aktiv meine firma ist auf telegram nicht aktiv ich habe vor einigen jahren mal testweise ein telegram account angelegt ohne irgendwelche bildernamen oder irgendwas einfach um mal zu gucken was passiert denn auf telegram aber ich bin auf telegram nicht aktiv wenn sie auf telegram mit jemandem in kontakt stehen der sich als dirk müller ausgibt ich bin es nicht punkt sie sehen hier wird mein bild genommen hat man fotos aus dem internet genommen hat damit drei accounts angelegt zumindest die drei kenne ich aktuell die direkt auf dirk müller cashkurs cashkurs.com dirk müller und dirk müller cashkurs mit einem eher privaten foto von der börse versehen sind und das ist auch sehr raffiniert gemacht sie sehen auch dass dieses hauptaccount schon über 23.000 abonnenten hat also die leute fallen offenkundig darauf rein es ist also nicht so offensichtlich falsch und schlecht gemacht dass da keiner drauf kommt dass das hier sofort merkt sondern die leute fallen drauf rein und es geht hier um betrug man soll hier also kryptowährungen schicken an diesen an diese adresse und hier würde dann in einem investitionsplan in kryptos investiert und man würde dann entsprechend auch ausbezahlt werden ich vermute dass es sich hier um eine art schneeballsystem handelt wenn sie das machen sie werden ihr geld nicht wiedersehen punkt es ist betrug und für mich ist es natürlich von daher besonders bitter weil die menschen die hier geld überweisen bitcoin oder kryptowährungen überweisen sie hier teilnehmen zu jedem zeitpunkt davon ausgehen dass ich das bin das heißt sie werden ihr geld nicht wiedersehen und werden gar nicht wissen dass es jemand anders war sondern werden glauben dirk müller hätte sie über den tisch gezogen hätte sie betrogen ich habe damit absolut nichts zu tun ich kann es nur hier noch mal wiederholen wir haben strafanzeige bei der staatsanwaltschaft eingereicht und natürlich auch telegram informiert telegram sitzt in dubai erfahrungsgemäß wir haben sehr sehr gute anwälte diesbezüglich verwendet aber die sagen winken schon absagen dubai telegram die kümmern sich da recht selten darum wir versuchen das aber das wird nicht so einfach sein deshalb unser weg war die strafanzeige bei der staatsanwaltschaft zu stellen um zu hoffen dass die bundesbehörden hier eine andere möglichkeit haben gegen diesen betrug vorzugehen auch auf unseren social media kanälen wie facebook erleben wir schon seit geraumer zeit immer wieder scam angriffe dass sich hier leute einblinken und tun als wären sie ich und hierfür crypto investments werben seien sie da sehr vorsichtig ich werde sowas in dieser form definitiv nicht machen wir werden natürlich auch immer wieder über kryptos informieren aber ganz sicher keine crypto investments in irgendeiner weise tätigen oder unterstützen oder vornehmen also wenn sie sowas sehen das ist betrug meine dringende bitte an sie lassen sie sich nicht darauf ein lassen sich dann nicht aufs glatteis führen und wenn sie die möglichkeit haben warnen sie leute in ihrem umfeld davon wenn sie gruppen haben oder wo sie wissen dass da interesse besteht warnen sie davor dass die leute nicht darauf reinfallen ich habe leider keine anderen möglichkeiten als die die ich jetzt nutze ich werde auf allen meinen kanälen davor warnen wie gesagt die staatsanwaltschaft ist eingeschaltet ob das am ende dem ganzen ein ende setzt werden wir sehen aber ich habe leider keine andere möglichkeit die menschen zu erreichen und es ist für mich eine ganz schlimme sache wenn menschen hier mit meinem namen in die irre geführt werden und betrogen werden und am ende ja mein namen da auch noch im spiel ist und es heißt hier der müller war das also deswegen bitte lassen sich nicht auf die irre führen die welt ist leider nicht immer so gut wie wir uns das hoffen die machen das auch ganz raffiniert sie sehen dass hier die verlinken dann auch echte videos von mir auch von youtube und tun also alles um so darzustellen als wäre es wirklich mein kanal es ist es nicht ich kann es nur immer wieder betonen betrug und die welt ist leider nicht gut und viele bekannte prominente namens sind in letzter zeit opfer von solchen aktionen geworden wo deren name und so ein identitätsdiebstahl stattgefunden hat wo er einfach getan wird als wäre man jemand anders um dann mit dem guten namen den jemand hat betrug zu begehen und es ist unglaublich schwer dagegen vorzugehen und das ist eigentlich eine große sauerei welcher rechtsfreier raum das inzwischen in vielen bereichen geworden ist wenn sie als seriöser unternehmer so wie wir das auch sind in der agb irgendwo mal einen satz falsch gestellt haben oder falsche grammatik verwendet haben haben sie gleich die abmahn anwälte am hals und die anzeigen aber wenn sie hier im großen stil betrug machen sie müssen es nur geschickt genug machen dann können sie machen was sie wollen und haben da kaum was zu befürchten ich hoffe trotzdem dass wir hier die hintermänner zur rechenschaft ziehen können und vielleicht wenn sie kenntnisse haben wenn sie da in der szene ein bisschen ohr dran haben und haben was gehört wer da wo involviert ist ich bin über zuruf gerne dankbar um dem hier wirklich ein ende zu setzen weil das ist absolut das gegenteil von dem was wir als finanz ethos als anständige unternehmen wollen deshalb lassen sich nicht darauf ein und wie gesagt waren sie bitte auch ihr umfeld davon so weit leider zu dem thema von heute ganz in kürze auch wieder zu den märkten und zu den anderen themen aber das war mir doch jetzt wichtig hier möglichst viele vor schaden zu bewahren in diesem sinne ihnen erstmal einen schönen tag